Ach ja, wir kommen vorwärts. So langsam aber sicher. Ich möchte anmerken, relativ ruhig. Okay, wir haben kein Leck. Ne, wir haben hier ein kleines Loch. Ich möchte anmerken, wir kommen relativ ruhig voran. Wow. Na, was für nö. Ach, Mist. Dankeschön. Momm, momm, momm. Koko hat's noch. Ich brauche mehr, du. Ich bin auch nicht platt. Das hat nicht funktioniert. Oder wie tun wir denn? Oder wird geschossen? Ja, von der Insel wieder. Aber trotzdem ein wenig. Nein, da wollte ich nicht hin. Wind in den Segeln. 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 Wind da in der Insel hinterher. Ravi, bist du da? Oder Jani? Das ist Jani. Das ist Jani. Also, Jani winkt den Leuten da auf der Insel hinterher. Ja. Das ist so richtig, ja, ne? Das ist richtig so. Du bist ja richtig produktiv heute. Das sind die Insel jetzt vor uns, ne? Ja. Jo. Sehr schön. Schätze ich mal. Dann lass mal gleich alle zusammen losgehen, damit wir das auch alle finden. Also alle zusammenbleiben wir noch. Ja, genau. Wollt's zum Strand da, oder? Ja, ne? Ja, genau. Würde ich sagen. Das sieht gut aus. Du bist ja so richtig. Du bist ja so richtig. Mhm? ich trete schon mal so ein bisschen bei ja kann ich das irgendwie screenshotten ja das ist auch gestanden ja da sind jetzt wieder bei Schuss an der Rettung warte schlapsus ahoi landran moin oh die Segel nein hoch ja das war oh fuck ach du hoch ja alter der Sturm geht grad los jungen start ähm ja ja anker ich hab mich über die Insel geschossen ab in die Kanone ja ui peng bin da so ah nee der schrie der Gäste rum so wenn mal los geht wo haben wir lange ich hab keine Ahnung ja dann lass das mal in der Richtung Jan wieder da lang ich nehme mir noch so ein bisschen Zeug mit das war das ist eine gute Idee alles leider sitzt da ist eine Höhle hier ist eine Höhle oder so ne nur ein Durchgang warte Alter die Blitze sehen aber umgekehrt aus m oh da ist er ich muss das denn ja ich höre ihn auch ja ich höre ihn auch hier auch ganz oben einfach hier 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 ist ein Entschuld hier hier wollen die Schlüsse ja was alter au au ja ja alter Schwede bin ladenskelet uups sind wir jetzt alle sind ja aritz nicht gerät ha ok Melon sagt auch gerade zu zweit auf einer Brick ist geil ne Brick ist halt ne Brick ist halt Prost ja Mann ja auf gehts schade so können wir uns irgendwie nach oben schließen da vielleicht tschüss 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 naja der kommt nicht so weit schade naja das wird nichts Mist hui au au schade Skelettsschlüsse entdeckt was achso er macht das wieder der Melon ah sehr gut ich habe den Skelettsschlüsse ich habe den Skelettsschlüsse ja wir wissen es ja der Z aufgefallen habe den Biss gekriegt ja bitte zurück mal damit ist hier sonst noch was ja frage ich mich auch ich höre nur Skelette ich höre nur Skelette doch aber ja was da wohl verwarmt wird wahrscheinlich weiter unten so was da wohl verwarmt wird ja ne ach hast du noch Besuch ja gut da war ich sicher sonst nischt kann mir die locken nö dann würde ich sagen wieder zurück zum Schiff ja wo ist denn das Schiff ich habe den Schlüssel ich war da ein bisschen da seitdem zum Aufschliegen ja ich weiß gar nicht wo unser Schiff war äh wow ja genau okay ach da ach so dann bin ich auch falsch ja können die mich schon abholen mit dem Ding fast ah ne ok 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 ich bin im Wasser Sekunde in kommiii so ich bleib stehen jo bin da waa waa ok Aua aber er trifft mich alles klar er hat mich schon wieder das schon wieder das das ist was Neues die Welt ist im Lande des Launen Neue gefahren Neue gefahren Plündern Schiffe eine neue Welt ja ja ok haben wir ja er meint jetzt wo andere Schiffe in eine andere Welt ja wutsch so ich brauche nochmal dieses dramatische Licht ähm bisschen buggy vielleicht ja warte ne er hatte er hatte cooles Licht genau das so ich hab ein kaputtes Fernrohr nice ok wir müssen zum Plunder Outpost wir lassen das mal da drin alter er hat echt so gruselig ne auf zum Outpost ja ich seit schon mal Thieves Heaven ne einmal das 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 Ruder einschlagen ah hier Plunder Outpost da der Ruder ja einfach rechts Ruder Südost Südosten Was holst du? Was holst du den ran? naja ich will das was kann ich sehen an das ran holt ach so hat schon funktioniert man kann auch verschiedene Sachen kochen das wusste ich gar nicht ja ne schöne Suppe das wusste ich was ne schöne Krabbensuppe oder ne Krabbensuppe oh jetzt ne Krabbensuppe schlappst du es oh er will raussegeln die Segeln fallen lassen los geht's leider haben wir mal wieder hier bist wo lang? an der Südosten 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 so Geri macht Geri tut Kapitän Sandbank fährt ok Leute eine ganz gute Idee sollen wir das Schiff hier mitnehmen? was? was? ah ja ich sehe das was? wir können es probieren direkt vor uns das ist ein kleines Schiff wir legen zum Hauptpost ja wollen wir machen? ja wollen wir? was ist das? da ist wieder die Kiste da ist wieder die Kiste und ein paar andere Kisten wollen wir die mitnehmen? ja komm nehmen wir die mit nehmen wir die mit komm ja bist du sicher? ja das können wir hin das hat letztes Mal auch so gut funktioniert ja das ist ein Schiff genau ich bin jetzt runter ich hoffe das ist ok da ist ja die Kiste drin ja komm dann hauen wir die Notbremse rein ja und los geht's jetzt fragt der Flying Hell alter oh den Saphir schonmal den nehme ich mit nice also Money ist immer gut Money ist immer gut ja das ist ein Spielerschiff? das ist ein Spielerschiff? ernsthaft? ich hab die rote Truhe stimmt ja das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie ein Schiff ok ich dachte das sind so random Schiffe hey das ist jetzt aber mal geil oh ich sterbe vielleicht los komm hoch jetzt komm hoch Geri ist da unten noch was? komm gleich hä? ist da unten noch was? äh ich glaube unsere Segel waren gerade zur Seite gesteckt ich bin hochgekommen ich dachte das sind drei Schiffe oh Gott uh ich muss ein zweimal zum Holz und ich rede was? ja lass weg hier nicht vom Wrack achso ja dann ok ok los abhau weg 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 ok ok ja die Wollern, Wollern, Wollern Wollern eh rechts rum und dann ja einfach rechts rum also äh Südosten Südosten alles klar genau Südosten sehen wir die Insel schon? äh weiß ich nicht da ist auf jeden Fall ne das ist noch eine kleine Insel es dauern noch das dauert noch na hauptsache ob wir im Winter ey das ist jetzt erst noch chicken oil ja dazwischen okay an der insel vorbei und da hinten geradeaus trittet immer noch mal ein längst so okay dahinten fliegen sehr viele möwen er hat echt ein judes auge du jubes jubes so ich bin will stress kriegen und die klauen unsere kräfte ja ja die dritte 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 wo ist die insel da vorne angehen wir sind voll auf kurs ach so ja in der haus links rechts an der Chicken Inn vorbei und dann dann müssen wir von vorne machen, ja, los geht's obwohl Melolina, das kennen wir, wir kennen das was passiert, das Quest-Item verkauft weil wir alle es besser mussten das war ne Teamentscheidung ja, wir haben gesagt, das lief so scheiße, das machen wir nochmal ich geh mal wieder rum, ich verlang den oh, ich bin vom Schiff gefahren, das war's mal du schaffst es immer, ne? so, ich bin angeln und ich die Aussicht genießen machen wir deswegen der Brick was ist der Brick? da, wo wir hin müssen also sagt er was kannst du dazu machen? I don't know, da müssen wir das die Quest-Item, ne, wir müssen doch zum Plunderhaut, musst du wieder zurück ja, ja du gehst ja auf einmal neben mir, du Fatsackloch du bist dick wie du ein Messer ziehst doch, wenn du sagst dick dick, ich will den Stein nur abschneiden geankerter Bricksegel oben scheiße fight oh, wir haben totalen Gegenwind, ey, schiert komm ich jetzt eigentlich auf die andere äh, das wird jetzt noch nicht falsche Seite vom Außen passen nein die ist auf der einen Seite wir müssen auch, wir können ja auf der anderen Seite parken okay aber für Firmen sehen wir uns nicht ach ja, jetzt, ja, jetzt weiß ich auch, was er meint ja, dann machen wir das, oder? ja, notfalls nennen wir dann, notfalls nennen wir das Reitemund, äh, Schwimmzündel ja, das ist jetzt ja, da schleichen wir uns weg einfach schleichen, vor allen Dingen wir gehen doch Schleichwarten ja na, es gibt doch nicht umsonst einen Schleichknopf unser Schiff schleich auch gerade sehr ruhig ich seh dich grad schleichen wir sind wie Ninjas schleich, schleich, schleich ich bin ein fetter Asiate ich bin auf jeden Fall ein Ninja ja, ich seh dich sieht doch echt witzig aus toll, lass da rüber, weil ich dick bin oder Asiate dicker Asiate siehst du mich? du bist ein dicker Asiate, fertig ja ja, der Wind ist ja mal überhaupt nicht in unsere nope wir sind eigentlich die Segel in verschiedene Richtungen gestellt ja, äh, ich, ich, äh bin grad dabei, hier sehe Segel zu kriegen ähm, okay ich hoffe, ich fall nicht runter ich fall Thunderbirds und die verteidigen die anderen zwei äh zwei Thunderbirds zwei Thunderbirds Thunderbirds ist Waffe oh, die kommen anscheinend die haben abgelegt ich hoffe nicht doch, haben abgelegt das ist ein Problem ja, wir könnten auch Arakiri machen, ne einfach auf die Insel zu wir haben so viele Sachen dabei ja, wir, wir, wir direkt auf die Insel zu ankern jeder schnappt sich ein Item und los ja falls sie, falls sie auf uns zukommen aber wollen die auch keinen Stress also die scheinen nicht auf der Insel zu sein ja, wollen die zu uns? das sieht so aus okay, die haben schon mal schwarze Segel das hol die Segel ein ja, wieso? und da hinten ist ein Geisterschiff okay, also Insel ist schon mal leer das ist gut die Karte macht jetzt auch nicht so mega den Eindruck also wir müssen halt die Items irgendwie an Dings kriegen ja einer muss das Fernrohr nehmen einer die die Karte oder was das war die müssen schnell zu Olivia okay, die machen, die, die bereiten die Kanonen vor die beschießen ah, das ist ein Problem okay, ich nehme, ich nehme das Fernrohr auf ja, ich komme runter ich habe die Karte wir sind einfach so wegschleichen ich nehme den Diamanten okay, die holen das Vordersegel, haben sie eingeholt ja, die schießen gleich ja, dann wollen wir uns schnell Geri, wollen wir so Harakiri mäßig auf die Insel laufen? Melanie, dann passt du passt du kurz auf den Schiff auf? ja, ne? ja, okay 3, 2, 1, go ihr wisst alle, wo ihr hin müsst? zu Olivia äh, zu der, zu der zu der Dämonentante Dämonentante, ja Dämonen oh Gott, wir schaffen mehr, das schaffen wir ich brauche das Geld so, okay, 2000 haben wir schon mal so ah, wir haben noch die Kiste kann man die auch hier abgeben? kann man sehen, wie sie redet gerade oh Gott, freigeschaltet okay er legt dir das vor okay ja, dann lass die Kiste wo gebe ich die Kiste ab? bei weh? verwehrt ist er noch nicht ah, hier der, der Kisten der Goldkisten, Haini du, okay der Goldkisten, Haini? glaub ich ach hier der Harry, der Sammler Harry nee, aber er hat doch Duke gesagt was ist denn Duke? Duke ist in der ach klar er ist in der ja, ja mach die alte da Duke ist Duke ist in der in der Taverne ja ja ach so, okay ja, ja 15 davon können wir uns nichts holen aber egal koste den Stahl was kostet den das ist das sind die außer von der anderen oh, die fallen weg äh, fallen weg war zauberter Kompass erhalten sehr gut jup also, jetzt ist das jetzt die nächste Quest jup okay ich hab genug Geld für ein Segel oh, ja, das wollte ich mal holen welches brauchst du dir? äh, ich glaub dieses Krabbenkrabbler aber ich bin damit nicht sicher ich glaub wir haben jetzt nen Kompass dafür bräuch ich noch 2.000, das wollte ich mir aber auch holen ok, das ist recht scheiße das kostet 9,9, hast du 9,9? ja, ich hab 9,9, aber ich weiß halt nicht, ob ich mir das holen werde ist das hier? ach Leute ja? ja habt ihr was dagegen, wenn ich pennen gehe? ja ja na scheiße was für ne Frage ja, also nächste Woche sind wir dann ja eventuell raus eventuell ich mein, wir können ja die Tage nochmal gucken das sind Schaufeln wo ist denn der Waffenhändler hier? ähm, das ist die da vorne irgendwo das ist hier, die Dame ach, hier, ja, jetzt nicht la 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 äh, la 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 mir wird langsam müde aber wie können die ja müde werden tun, sein ich wollte doch ein Sable aber jetzt hab ich nicht genug Geld ich will noch was finden entweder hol ich mir das Krakenentermesser oder das Krabbenkrabblerentermesser also ich hol mir das Krabbenkrabbler dann kannst du dir das andere holen ja, das Krabbenkrabbler sieht halt geil aus, ne? dann können wir die Schwerter kreuzen was? klingt verkehrt hhhh ist es wahrscheinlich auch wer hat denn jetzt diesen Kompass eigentlich? was hast du denn da? äh, den hab ich ach so ach komm hier zeigt er dir an, in welche Richtung irgendwie, oder was? äh, ich glaube schon Moment so, zack zack äh, ne, äh, äh, ah hier klup zack, äh äh noch Kisten an Bord? ich glaube nicht nö wo war denn hier die Hüte? ja, auch irgendwo ja, vergau weiter fröhlich Kisten da ah ah hier, Gabi guck mal der passt ja richtig gut Kompass haben alle das ist der Kompass ach da, ja oh nice ah ja, wir haben den alle in die Richtung, alles klar na was ist da in die Richtung? da 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 da